Musik 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 ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 In München endet die Fahrt dieses Zuges und hier bitten wir alle auszusteigen. Bitte vergessen Sie keine persönlichen Gegenstände im Zug. Ihr nächster Anschluss ist der Railjet nach Wien über Salzburg um 15.29 Gleis 12 An den Euro City nach Verona um 15.34 Gleis 11 An die S-Bahn Linie 8 zum Münchner Flughafen um 15.35 Gleis 1 im Untergeschoss An die BRB nach Kufstein 15.43 Gleis 9 So wie an den Regionalexpress nach Nürnberg über Landshut 15.44 Gleis 35 Für Ihre weiteren Anschlüsse achten Sie bitte auf die Lautsprecheransagen am Bahnsteig. Das Zugteam von Federico Bayern verabschiedet sich Und wir wünschen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Nächste Station München Hauptbahnhof Diese Zugfahrt endet dort. Wir verabschieden uns von Ihnen und würden uns freuen Sie bald wieder als unsere Fahrgäste begrüßen zu dürfen. Ausstieg in Fahrtrichtung links Ausstieg in Fahrtrichtung Ausstieg in Fahrtrichtung